Mein Name ist Barbara Trübner. Ich bin Mutter von fünf Kindern, Großmutter und inzwischen in Rente. Beruf war Hebamme und Psychotherapeutin. Trauma entsteht immer dann, wenn du in eine Situation kommst, aus der es schmerzhaft, schockartig, unerwartet, unvorhergesehen entsteht, die natürlich mit Schmerzen häufig verbunden ist, aber es gibt ja auch Traumen, die durch eine Operation entstehen. Also ein körperliches Trauma, Verletzungen am Körper, ein seelisches Trauma ist Verletzung in der Seele, aus der du nicht rauskommst, wo du keine Lösung findest, wo du keine Fluchtmöglichkeit siehst und es aushalten musst, egal ob du kämpfst oder nicht kämpfst, ob du erstarrst oder Lösungen anbietest. Wenn niemand da ist, der das erkennt, dann wird es ein Trauma. Wenn niemand da ist, der es mit dir bespricht, erstmal ist es ein Schock und dann wird es ein Trauma, weil wenn niemand da ist, der es mit dir bespricht und auflösen kann und dich irgendwo hinführen kann, wo du in Ruhe das sich setzen lassen kannst, dann bleibt ein Trauma zurück und daraus entsteht in der Regel ein posttraumatisches Belastungssyndrom. Das kann am Anfang sanfte Auswirkungen haben. Das heißt, der Mensch reagiert anfangs möglicherweise einfach mit Starre, sobald er bestimmte Geräusche hört, bestimmte Stimmen hört, bestimmte Worte hört, bestimmte Gerüche hört, reagiert er, reagiert das alte Trauma und zeigt sich in verschiedenen Symptomen. Es ist wirklich sehr groß, um es detailliert, um klein zu machen. Aber das Wichtige ist, dass es, wenn es nicht erkannt wird und nicht behandelt wird und eher so weggeschoben wird, wie es ja leider Gottes in der Geburt oder in der Geburtshilfe oft passiert, dass dann die Symptome stärker werden und massiver werden, bis hin zu wirklich ernsthaften Erkrankungen und zwar nach vielen Jahren. Und dem zugrunde liegt immer ein Trauma. Aber, und das finde ich ganz wichtig, ein Trauma, das in der Geburt entsteht, ist nicht zwangsläufig das erste Trauma, das die Frau erlebt. Und darauf zu schauen und zu gucken, okay, wie können wir der Frau Unterstützung geben, dass sie A, nicht noch mal erinnert wird oder B, nicht noch mal reinfällt oder C, rauskommt. Das wäre die Aufgabe von Therapeuten. Vielleicht auch von guten Geburtsbegleitern. Aber das lernt keine Hebamme und schon gar kein Arzt. Für Frauen ist es grundsätzlich so, dass sie mit Schuldgefühlen reagieren, egal wie powerful sie sind und wie viel Eigenermächtigung haben. Eine Frau, die hier landet, hat diese Eigenermächtigung verloren oder abgenommen bekommen oder sich abnehmen lassen. Bei Männern ist es anders. Die können sich nicht retten aus dem Gefühl von Trauer, Ohnmacht, vor allen Dingen Ohnmacht, denn sie konnten ihrer Familie, ihrer Frau nicht beistehen und helfen und es abwenden. Manchmal sogar Schuldgefühle, dass sie das fabriziert haben, dass sie ein Kind gezeugt haben und die Frau das aushalten muss. Das passiert häufig beim Ersten übrigens. Beim Zweiten ist der Fokus auf dem Kind. Da ist der Mann gar nicht so sehr hinterher, dass die Frau traumatisiert ist, sondern eher, dass das Kind ja gerettet wird und dass die Frau was abgekriegt haben könnte, kann er sich nicht vorstellen, weil beim ersten Mal hat sie ja auch nichts gehabt. Ja, das sind so das, was ich erlebe. Es sind Frauen aller Charakterklassen. Also es ist nicht spezifisch. Man kann nicht sagen, die hat jenes, die haben alle das Gleiche. Aber was Gleiches ist tatsächlich diese Entwürdigung. Bei allen gleich das Gefühl von Entwürdigung, das Gefühl von Entmächtigung. Ich sage nicht Macht. Da geht es nicht um Machtspiele im Sinne von Macht, sondern der Eigenermächtigung als Frau, als werdende Mutter. Das ist ihr genommen oder einfach nicht gelassen worden. Vielleicht auch, hat sie es vielleicht auch nicht so stark gehabt und dann war es ein kleiner Schritt bis zum sich ohnmächtig fühlen. Da guckt keiner hin. Was braucht eigentlich die Frau? Was will die Frau? Sondern was will ich als Hebamme? Will ich eine sanfte Geburt für die Frau? Hat sie doch gesagt. Machen wir. Ja, um jeden Preis. Das ist so fatal, weil das so unreflektiert ist. Ja, was ich will als Hebamme ist völlig unwichtig. Wichtig ist, dass die Frau das, was sie sich wünscht, bekommt. Nichts. Also ich halte deswegen davon nichts, weil eine Frau frisch nach der Geburt, ja, wenn sie im Schock ist, ist es gut, mit ihr zu reden. Aber sie zu nötigen, nochmal in die Geburt zu gehen, so frisch nach der Geburt, das geht in den meisten Fällen schief. Die Frauen sind noch traumatisierter, weil sie sich so gedrängt fühlen und wieder überrollt. Ich, manchmal denke ich, ein Seelsorger wäre besser. Ja, einfach einen Pfarrer hinzuschicken und zu sagen, mein liebes Kind, fühl dich getragen, ja. Das reicht schon. Aber das ist nicht die Aufgabe eines Psychotherapeuten oder Psychologen. Und ich glaube, im Wochenbett, zumal die meisten Frauen ja nur drei bis fünf Tage im Krankenhaus verbleiben, ist der falsche Zeitpunkt. Sie bräuchten eine adäquate, gute Begleitung im Wochenbett, was eine Hebamme durchaus leisten könnte, aber nicht bezahlt kriegt und deswegen es utopisch ist, überhaupt so eine Fortbildung dafür zu machen. Aber es wäre nötig, dass die sieht, der Frau geht es nicht gut, wie kann ich die, das ist alles ein Teil meiner Arbeit gewesen. Für den Minimalstbeitrag, den wir gekriegt haben im Wochenbett, habe ich diese Frau wieder hingestellt, weil ich wollte einfach, dass sie steht, dass sie das kann. Ja, wer will schon jede Woche einmal angerufen werden, weil die Frau, oder dreimal die Woche angerufen werden über Monate, weil die Frau es nicht hinkriegt. Und ich nicht verstehe, warum. Ja, ich gebe ihr gute Tipps und trotzdem klappt es nicht. Das hat einfach andere Ursachen und da braucht es wirklich kompetente Hilfe. Und die ist nicht in den ersten drei Tagen nach, zumal die Frau ja auch noch ein Kind hat. Ja, es ist ja nicht nur so, dass sie einen Schock hat, er hat einen Unfall gehabt und das wird rekonstruiert und man guckt, was ist passiert, sondern sie hat auch noch ein Kind, das sie ja lieben will und einen Mann. Also das hat eine andere Dimension. Und ich finde das Angebot toll, aber ich finde es viel besser, wenn dieses Angebot mindestens die ersten zwei Jahre nach der Geburt beibehalten wird. Die Frau kann kommen, kann ihre Geburt bearbeiten, kann mit entsprechenden Leuten reden und dabei sitzt immer eine Psychologin und mindestens eine Person ihres Vertrauens, den sie mitbringen darf, weil das ist sonst wieder so ein Komitee, die sitzen vorher wie ein Strafgericht. Das geht auch nicht. Das geht nur in der Situation des absoluten Vertrauens und das ist für eine Frau, die aus einer Klinik kommt, in der sie sich traumatisiert fühlte oder gewähnt, nicht möglich. Das heißt, es muss ein Rahmen geschaffen werden, in dem die Frau in der Lage ist, auch wirklich zu wissen, die wollen mir Gutes und nicht mein Bestes, sondern die wollen mir was Gutes tun und nicht nur sich freisprechen von Schuld. Und ich finde, das ist das Wichtigste, eine Reflexion und eine Supervision und wirklich Fortbildung für Klinikspersonal, um genau sowas nicht nur aufzulösen, aber vor allen Dingen auch zu vermeiden. Also es ist jetzt einmal vorgekommen, die hat alles versucht, die hat auch ein Gutachten gekriegt, in der ihr bestätigt wurde, dass sie falsch behandelt wurde und dass das nicht hätte sein müssen und dass sie an der Stelle tatsächlich mit ihren Vorwürfen Recht hat. Und dann steht wirklich drunter, dass ihr frei steht, das bei der Ärztekammer juristisch anzugehen, aber dass sie immer im Kopf haben muss, dass ein Arzt sich auf das Notfallrecht berufen kann und dass er dann alles darf und dass er damit raus ist. Und das ist tatsächlich etwas, was so nicht mehr stimmen kann. Also irgendetwas stimmt da nicht an diesem, das war ein Notfall. Weil diese Notfehle stehen oft in den Geburtsberichten, wenn wir sie durchlesen, nicht drin und und trotzdem berufen sie sich auf einen Notfall. Wie weit sind wir eigentlich gesunken, dass wir Frauen, die unsere Hilfe brauchen, so im Regen stehen lassen müssen, nur damit wir selber nicht Gefahr laufen, mit Repressalien zu rechnen. Also wie auch immer. Was läuft falsch an der Ausbildung und an der Weiterbildung und an den Leitungen, dass Ärzte so eine Angst haben, dass sie nicht zugeben können, Scheiße, das hätte ich besser nicht gemacht. Das tut nicht weh, so etwas zu sagen. Mir ist das ein einziges Mal passiert, da war ich Beleghebamme im Krankenhaus, wo ich dachte, ich höre auf. Wenn ich das papriziere zu Hause, dass eine Frau in die Klinik kommt und das erlebt und ich war dabei, dann kann ich keine Ausgeburten mehr machen. Weil das will ich nicht. Ich will nicht, dass die Frau aufgrund der Tatsache, dass sie eigentlich zu Hause entbinden wollte, im Krankenhaus schlecht behandelt wird. Dann kann ich das nicht weitermachen. Und allein das, finde ich, hat sich nicht geändert in den, seit den 80er Jahren. Ich habe in den 80er Jahren gelernt und es hat sich nicht verändert. Es ist noch ganz genau so. Und das, da frage ich mich wirklich, was ist eigentlich passiert, dass die Medizin an dieser Stelle im Stillstand ist und bei allem anderen sich so weit entwickelt. Also, ich glaube, immer noch vom Frauenbild, vom patriarchalen Frauenbild. Frauen sind immer noch, auch wenn die meisten Menschen das niemals so sagen würden, weniger wert. Und dann auf der gleichen Stufe wie Kinder. Wobei Kinder jetzt inzwischen schon mehr wert, aber oft mehr wert sogar wie Frauen, wenn es zum Beispiel um die Entscheidung, einer vorzeitig zu beenden oder Schwangerschaft geht oder weil es dem Kind schlecht geht und die Frau nicht einwilligt auf eine bestimmte Behandlung oder auch mit Kindern. Da sieht man, dass Kinder inzwischen mehr Wert haben wie Frauen. Und das kann nicht sein. Es kann einfach nicht sein. Eine Frau ist, brauche ich nicht sagen, genauso viel wert wie ein anderer Mensch. Ja, was auch immer, welch auch immer er sich zugehörig fühlt. Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir Frauen aber auch nicht gelernt haben, uns unsere Ermächtigung zu bewahren. Also wirklich zu sagen, ich bin eine Frau und ich spüre das und ich weiß, was für mich richtig ist. Und das kannst du gar nicht wissen, denn du bist ein Mann. Ja, und du kannst dich darauf verlassen, dass ich spüre, was ich brauche. Und wenn du mir jetzt folgst, verspreche ich dir, dass nichts passiert. Wenn das ein Mann glauben könnte, aber der kann sich ja selber nicht trauen. Das ist ja das Problem. Frauen trauen sich ja. Ja, und sie kriegen sowas von mit Gewalt abgenommen, was Männer überhaupt nicht nachvollziehen können, weil denen das nicht passiert. Die können noch so unsicher sein. Da kommt keiner und kratzt noch ein bisschen am Lack. Nö, da wird vorsichtig gesagt. Das ist, glaube ich, das, was so schwierig ist. Wir Frauen haben nicht gelernt zu sagen, und ich bin ich und da stehe ich. Und wenn du das machst, gehe ich. Also das sind so Spielchen, solange gespielt wird und nicht wirklich ernsthaft die Frau gewürdigt wird, so wie der Mann von der Frau gewürdigt wird. Wenn der Mann es nicht schafft, die Frau genauso zu würdigen und zu achten und zu respektieren, auch in ihrem typischen weiblich sein, was man ja überhaupt nicht nachvollziehen kann, dann verändert sich nichts. Aber das ist dran. Es ist dran, dass wir an der Stelle wirklich unsere Kraft nehmen und spüren und uns nicht mehr reinreden lassen. Also Ohrfeigen, Festschnallen, Beine hochschnallen, damit sie sich nicht mehr bewegen kann, obwohl es absolut überflüssig war. In der Ausbildung ist es sowieso so gemacht worden. Wie es jetzt ist, weiß ich nicht. Ich finde auch Gewalt mit Desinfektionsmittel, die Scheide ausgewaschen zu kriegen. Das passierte auch. Also wird man schnell drüber gespritzt, ja. Das ist Gewalt für mich. Mit Gewalt untersucht werden, mit Gewalt einen Muttermund gedehnt bekommen. Das ist, glaube ich, mit der Gipfel an Gewalt. Aber was ich gerade habe, ist auch die Situation, eine Sektion zu bekommen ohne sitzende Narkose und keiner kümmert sich. Ja, wir haben dich doch gezwickt. Ja, aber sie hat es an einer anderen Stelle trotzdem gemerkt und es hat keiner, sie das berücksichtigt. Obwohl sie es gesagt hat, sie hat geheult, sie hat gebettelt, ja. Also wo ich so denke, was ist denn eigentlich mit den Menschen los, dass sie das nicht mehr hören können. Dass da jemand liegt, der bettelt und weint um ein Betäubungsmittel, um ein Schmerzmittel und kriegt es nicht. Ja, das angeschrien werden und alle Formen von verbaler Gewalt. Stell 1000 Frauen, wie es reinging, ging es auch, geht es auch raus, muss ja, ist ja auch reingekommen irgendwie. Also so entwürdigend und das auch noch von Kolleginnen, dass, ja, ich weiß, eine Frau hat einen Kaiserschnitt gekriegt, obwohl das Kind schon fast da war. Also der Kopf war schon zu sehen und der Arzt hat gesagt, jetzt erst recht, die hat gebettelt um einen Kaiserschnitt und er wollte einen Voltnetten, dann hat er das vorbereiten lassen und dann kamen wir runter in den OP und dann war das, ich habe gesagt, das Kind kommt und dann hat er gesagt, jetzt erst recht und hat trotzdem einen Kaiserschnitt gemacht. Die Frau wollte wirklich keinen, aber die, er hatte dann sich, also die war einfach verzweifelt vor Schmerzen, was verständlich ist. Ich glaube, unsere Vorbereitung auf Geburt und unsere weibliche Vorbereitung ist nach wie vor nicht optimal. Also ich glaube, das Wichtigste wäre, einen Kontakt zu sich und ihrem Kind, zu ihrem Körper und ihrem Kind herzustellen. So, mit so viel Unterstützung wie möglich oder auch wie nötig. Ja, weil es gibt einfach Menschen, die das schon tun, ja, die Frauen unterstützen in der Bindung, im Bindungsverhalten, in der Selbstwahrnehmung. Viele Frauen können noch nicht mal definieren, wenn da was rausguckt. Die sagen immer, es tritt, es tritt, aber da ist vielleicht ein Fäustchen oder es kommt mit ein Bobbes raus. Also wirklich eine Körperwahrnehmung zu stärken und dem nachzugehen. Wie gehe ich denn mit Schmerz um? Was brauche ich denn, wenn ich Zahnschmerzen habe zum Beispiel? Also einfach sich mal anzugucken, wie bin ich sozialisiert in meinem Verhalten in Extremsituationen, ja. Das wäre das Wichtige, also die Frau zurückzuwerfen auf sich selber, nicht so sehr im Außen zu gucken, welches Buch lese ich noch und welche Schüchen brauche ich noch, sondern was brauche ich? Das Zuhören, das in mich gehen und still sein, dem Kind zu hören. Das ist was so Wichtiges, weil das verbindet und diese Verbindung bleibt auch unter der Geburt. Die kann man wirklich stärken als Begleitung und kann die unterstützen, sodass die Frau immer im Kontakt zu ihrem Kind ist und immer spürt, wir sind auf einem guten Weg. Und dann kann sie mit dem Schmerz anders umgehen. Und ich finde auch, dass Frauen ruhig Schmerzmittel verlangen dürfen und auch bekommen dürfen. In einer angemessenen Form, weil keiner muss Schmerzen ertragen an Stellen, wo man Entlastung kriegen kann. Ja, aber der Frau muss auch gesagt werden, du pass mal auf, ich gebe dir jetzt was. Dann bleiben wir so auf dem Level. Es wird nicht weggehen. Du wirst sehen, es wird bleiben, möglicherweise auch mehr werden, aber eben nicht in der Geschwindigkeit, nicht in der Höhe. Und das, sodass du es aushalten kannst. Und wenn wir beide zusammen atmen und wir schaffen uns ein Bild in jeder Wehe, dann oder auch für jede Wehe, dann wirst du sehen, diese eine Minute ist zu schaffen. Auch immer wieder zu sagen, es ist nur eine Minute. Es ist nicht ein halbes Leben. Du hast jetzt nur eine Minute Schmerz und wir atmen jetzt rein und dann atmen wir uns wieder raus. Und wenn du oben bist, stellst du dir irgendwas vor, was sich öffnet. Ein Hoftor, ein Rollkragenpol, irgendetwas, sodass du ein inneres Bild davon kriegst, dass du dich selbst öffnen kannst. Du kannst dir auch deinen Muttermund vorstellen, wie er aufgeht. Ist mir völlig egal. Aber ich gebe der Frau Bilder an die Hand. Und ich finde, das ist das, was den Frauen oft fehlt. Die haben so keine Fantasie. Die geben es ab und sind dankbar, dass es einer macht. Sich selbst auch auf den Schmerz vorbereiten, den Mann auf den Schmerz vorbereiten und auf dieses wirklich große Erlebnis Geburt. Es ist ja ein unglaublich großes Erlebnis, dass der Mann das aushält. Dass der Mann weiß, die Frau schafft es. Dafür ist sie die Frau. Dafür ist sie geschaffen, um Kinder zu gebären. Und ich bin hier, um ja jeden Wunsch von den Lippen abzulesen. Und all meine Bedürfnisse und meine du hättest doch und solltest doch und du wolltest doch und wir wollten doch hinten anzustellen. Seine Bedürfnisse überhaupt nicht in den Vordergrund zu schieben, dass er um eins wieder noch ein Telefonat führen muss oder so. Das wirklich sich freizunehmen und zu sagen, das ist unser Erlebnis Geburt, unser Ritual Einweihung in die Elternschaft. Und das wollen wir gemein, also so ein Ritual zu kreieren. Und auch klar zu machen, ich finde diese Geburtspläne mit juristischen Folgen, das ist eine absolute Katastrophe für jeden Kreißsaal. Und die Frau darf sich nicht wundern, wenn die im Kreißsaal schon so laufen, weil diese Frau ja unten drunter stehen hat. Und wenn nicht, dann werde ich sie von Kadi zerren. Wer will denn so eine Frau behandeln? Ja, weil ich nie es und die hat hinterher Schnupfen, dann war ich es. Ja, so ist es ja in der Geburtshilfe nur noch viel schlimmer. Ich halte es für absolut notwendig, dass man im Prinzip die Menschen, mit denen man gebären will, kennt. Schau, zu Hause lerne ich die Frau acht Monate kennen. Sechste Woche ruft die an, schwanger gehe ich eine achten Woche das erste Mal hin. Das heißt, ich habe sieben Monate mit der Frau, die ich mit ihr verbringe, wo ich sie kennenlerne, wo sie mich kennenlernt, mit all meinen Eigenheiten, ich mit ihren Eigenheiten in ihrem Revier. Ich erlebe, wie sie mit ihrem Mann, mit ihrem Kind, mit ihrem Hund umgeht, vielleicht auch mit der Schwiegermutter. Und dann kommt sie hierher, ich erlebe sie, wie sie hier in der fremden Umgebung ist. Ist sie scheu, ist sie aufgeschlossen? Also ich lerne die Frau kennen, so wie ich es brauche für die Arbeit. Denn die Frau bringt ihren Rucksack mit, in dem ihr ganzes Leben drin steckt. Alle negativen Erfahrungen, alle Traumatisierungen, alle Übergriffe, alle weiblich bezogenen Demütigungen und Entwürdigungen, das bringt ihr alles mit und bringt aber auch die schönen Sachen mit. Die strahlt, die freut sich, die ist nett, die ist aufgeschlossen. Die liegt mir zu Füßen, weil sie will ja was von mir. All das bringt sie mit. Und jetzt trenne ich mal das hier, was sie mir zu Füßen legt, von dem, was sie in dem Rucksack noch hat. Denn das sehe ich nicht, das zeigt sie nicht. Die kommt nicht rein und sagt, ihr Blöden, ja, sondern die kommt rein und sagt, juhu, da bin ich. Packt aber dann peu a peu ihre Dramen aus. Da untersucht sie jemand grob, dann macht sie zu, dann kann man nicht mehr bis zum Muttermund kommen. Dann ist jemand verbal grob, dann redet sie nicht mehr, ist sie beleidigt, aber auf so eine kindliche Art, dafür eine Antenne zu entwickeln. Das heißt, ich lerne die Frau nur unter der Geburt kennen, in ihrer extremsten Situation und soll sie bestens begleiten und merke einfach, wie überfordernd das eigentlich sein muss für die Kollegin im Krankenhaus. Ich habe acht Monate Zeit, die haben vielleicht acht Stunden und kannten die Frau nicht. Die kriegen denselben Rucksack wie ich, aber die haben keine Chance, Ressourcen zu entwickeln, um damit umzugehen. Vielleicht auch mal nachzuhaken und nachzufragen, die Frau hat alle drei Minuten wehen, die kann ich nur in zwei Minuten fragen, war da mal was, bist du so ein bisschen empfindlich, habe ich was Falsches gesagt? Auf die Idee muss ich ja erst mal kommen, auch als Hebamme. Dann würde die Frau vielleicht auch sagen, ja, mein Lehrer war ein Arschloch oder so, keine Ahnung, ja. Aber das passiert nicht unter dieser extremen Situation. Und ich finde, ja, dass die Frau sich selbst mit ihren extremen Situationen selbst auseinandersetzen muss, mit ihren Steinen, die sie in den Rucksack packt, wenn sie ins Krankenhaus geht. Und wissen, dass auch der Mensch, der im Krankenhaus steht, auch Steine in seinem Rucksack hat. Und natürlich auf jemanden, der so ankommt, vielleicht auch reagiert, dass wir alle nur Menschen sind, dass wir an der Stelle auch nicht mehr können, wie wir können. Vielleicht ist es ein Plädoyer für mehr Verständnis gegenseitig und mehr Achtung und Respekt vor dem jeweiligen. Und die Frau, die kommt mit Schmerzen, verdient einfach automatisch von mir den absolut größten Respekt und die größte Achtung, weil ich habe keine Schmerzen. Ich kriege Geld dafür, dass ich da rumstehe. Ja, also bestenfalls, wenn es auch nicht viel ist. Aber ja, also das ist für mich so das A und O. Ich wüsste sonst nicht, was man anders machen kann. Ich glaube, wir hätten uns vielmehr viel besser konturieren müssen, was für eine kraftvolle Arbeit wir machen als Hebammen. Ich habe 40 Jahre lang versucht, diese Arbeit einfach zu machen und die Frauen zu stärken in ihrer Kraft und in ihrem Wissen um sich selbst und um ihre Kraft. Das ist mir auch oft gelungen. Zum Glück. Also wirklich auch kraftvolle Mütter daraus hervorgegangen sind, die alle auch politisch aktiv sind. Wirklich schön zu sehen. Ich habe in meinem, gerade in den letzten Jahren, diverse Male Fortbildungen auch für Hebammenschülerinnen anbieten dürfen. In der Hebammenschule, da ging es in erster Linie aber darum, was Hebammenschülerinnen erleben und wie sie damit umgehen können und wie sie sich selber schützen können. Wie sie, also die erleben Gewalt, wie sie selber, ich meine Hebammenschülerin, die schon Gewalt in der Ausbildung erlebt, die hat schlimmstenfalls das Schlimmste mitgenommen und packt es dann bei jeder Geburt aus, stellen sich nicht so an und ja, wie gehe ich mit dem Gefühl, dass in mir ein reißerischer Wolf ist um. Ich sperre ihn ein und sehe zu, dass ich vielleicht noch eine Kiste drumrum nagel, damit ich ihn nicht sehe, nicht höre, nicht fühle. Und dann werde ich hart. Und ich glaube, das ist was, was noch überhaupt nicht angeguckt wurde. Wie geht es eigentlich den Hebammen und den Schülerinnen mit dem, was sie jeden Tag machen, machen müssen zum Teil und nicht machen wollen. Weil es gibt wirklich gute Schulen, die auch gute, tolle Schülerinnen entlassen, die sehr selbstbewusst sind, sehr klar und sehr menschenfreundlich und dann erleben, dass es Vorgaben gibt und Ärzte gibt, die dem völlig zuwiderlaufen und das karikieren. Und dann sind sie Gewalt ausgesetzt, die sie a selber mittragen, aber gar nicht wollen und selbst traumatisiert sind. Was passiert mit diesen Hebammen, die so traumatisiert aus Geburten rausgehen und drei Türen weiter in den nächsten Kreißsaal gehen, gerade was erlebt haben, was sie geschockt hat und tragen diese Energie, dieses Wissen und das Gesicht, das sie gerade bei ihnen eingefroren ist in den nächsten Kreißsaal. Da denke ich an der Stelle, Supervision passiert überhaupt nicht, ganz wenig und wenn, dann nur auf eigene Kosten. Und ich glaube, das gehört in die Ausbildung rein, in die Fachausbildung und auch in die des Arztes. Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass Ärzte dringend Hebammen brauchen für Fortbildungen, die sie schulen, in Geburtshilfe und im Umgang mit Frauen, weil das lernen die Ärzte nicht, überhaupt nicht. Und das können, wem es nicht Gott gegeben ist, der kommt auch nicht auf die Idee, dass es lernen muss. Der denkt, weil ich Arzt bin, kann ich das von alleine, was nicht stimmt.